Weiter geht's im Muskelturm. Mal sehen, ob wir da unsere Muskeln trainiert kriegen. Auf der Suche nach, ja, Andenken. Nächstes mit Messer. Joah, bam. Mann, ich wollte die Lockers hier kaputt knüppeln. Huh? Wieso respawte denn? Das ist krass. Kapau! Hallo? Fliegende Viecher. Au. Scheiß Hund. Ah, du Kassau. Oh, ne Käpsel. Yeah. Oha. Dann kann ich ein richtiges Kamehameha machen. Kapau. Au, du. Wow. Ich schieße mich schon drei Dinger konsekutiv. Damit will ich sagen, dass sie es hintereinander schießen. Falls es das Wort überhaupt auf Deutsch gibt. Hey. Wo willst du hin? Kollege? Ich bin hier. Leck mich doch. Wooo. Ist er einfach von mir geflüchtet? Das Arsch. Wow. Ja. Scheiß Hund. Viel. Zack. Ja. Wie sie von unten alle kommen. Wir fertig? Oh. Jetzt haben sie so eine Legierung. Nichts in den Kisten. Oh. Au. Au. Das tut fucking weh. Au. Au. Son Goku wird wütend. Aua. Langsam nervt dir. Danke für die Info, dass ich weitergehen kann. Jawoll. Geht doch. Uh. Verleben. Und. Aua. What the fuck? Das hat ihnen keinen Schaden gemacht? Au. Okay. Okay. Muss ich es halt so machen. Warum nicht gleich so, Kollege? Warum haben wir uns so lange miteinander aufgehalten? Explodierst du jetzt noch, oder? Dann. Was? Er ist doch kaputt! Oh. Nice. Nehme ich gerne an. Red Ribbon. Stand vorher nicht drauf. Zapau. Kommt her. Ihr Robo-Kollege. Oh. Miese Falle. Vielleicht ist hier irgendwann mal was Nützliches drin. Bam. Das war nice gemacht. Oh. 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 Kapow! Oh. HRAAAH! Oh. Oh. Bam. Super, hat sehr viel gebracht. Jö, war das ein Topf voller magischer Boden oder was? Au. Da hatte er ein Glück. Au. Au. Naruto-Style jetzt hier oder was? Ich krieg dich trotzdem kaputt. Als ob ich nicht gewusst hätte, dass er dahinter steckt. Ja. Bam. Ich will auch schnell abhauen, bevor er ihm auch noch irgendwie eine Faust wegfliegt. Was? Uncool? Der war uncool? Ja. Das soll mich gegen alle wehren oder was? Ist klar, Leute. Ja. Wie soll ich das denn? Ja. Mit dem wenig HP, die ich hatte. Wie sollte ich denn da alle fertig machen? Ich mein, die können dasselbe, wie die einzelne Typ. Haben nur die Hälfte HP. Oh. Hat's ja gebracht. Au. Au. BAM, auf die Fresse Okay, jetzt hab ich schon mal mehr HP als eben Wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen Einfach durchziehen Ja Ja, wie soll ich das denn schaffen Gegen die ganzen Leute Es ist doch Ganz ehrlich Das Spiel will mich halt hart verarschen Ich kämpfe jetzt gegen ihn Hol mir die Bohnen Dann versuche ich es nochmal mit irgendeiner Taktik Wow Na gut, Kollege Alter Wie ich ausreuchen will, aber es nicht klappt Ja Okay Ganz ruhig Ich wollte mich diesmal nicht so krass aufregen Wie letztes Mal Das wird mir aber wahrscheinlich nicht passieren Hm Ja Ja Weil ich nicht ausgewichen bin Und klar Macht's natürlich immer perfekt Der Penner Kann ich jetzt nach links? Geht da Ist die Frage, ob mir das was bringt Wir halten Deswegen Ist sie nicht so fair, dass sie nicht die ganze Zeit irgendwie ihre Mega-Attacks machen Sondern dass es einigermaßen Human hier abläuft Obwohl ich das schon nicht mehr human fände Habe ich alle erwischt Um Gottes Willen Au, au, au Die Dinger nerven Zum Glück sind die One-Hit, aber trotzdem nerven sie Irgendwie haben die Roboter keine Attacken, oder? Also sie werden wahrscheinlich schon eine Attacke haben Aber irgendwie kriegen sie es nicht hin, mich anzugreifen Ja, geht doch Bin ich hier längs? Lol Ah, so greifen sie an Capsule Wow, das ist wahrscheinlich nur irgendwie Was zum Sammeln ist War knapp, Kollege Kebam Ouch Ja, du auch noch Und dein Kollege hier unten Mit seinem Freund Und hier oben gibt's auch noch Kloppe Das ist nicht fein Au 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 Ja Die Dinger nerven so ab Ja, geil Auf ne Schrägen Hier kann es nur recht sein Weil da Schüsse Nicht so schlimm sind Die Granaten von denen könnten nerven Au 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 Nächste ist So Ihr habt alle genug, hoffe ich mal Sie waren außerhalb des Spiels, oder? Ja Ja, klar Und warum ist er denn jetzt abgehauen? Oh Mann Jeha Los Oh fuck Naja, egal Nächste ist, wir werden keine Granaten ausgepackt Ja, okay Bam Wo ist er denn? What the fuck? Ja Und wie mach ich ihm schaden? What the fuck? Achso, ich muss hier nur fliehen, oder wie? Au Ja Ja Oh Mann Das war ein bescheuerter Kampf Nein, nicht mit Abschlecken Na komm Komm, 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 komm Au Ja Geht doch Das war ein relativ einfacher Kampf Oh, hab ich den Muskelturm-Tempel endlich geschafft Wurde auch Zeit, Muskelturm Oh nein Bitte keine Wasserlevel Oh Mann Ab in die Unterwasserhöhle Blablabla Bulma Wie geht's dir? Was passiert, wenn ich hier längs gehe? Sterbe ich? Nein Kann ich irgendwas mit dir machen, Bulma? Nö Ah, Fliegeviecher Wie ich sie hasse Sind zwar auch One-Hit, aber Oh Mit ner roten Uniform Was kannst du denn? Au Oh, die schon wieder Kann ich die eigentlich kaputt machen? Ja Au Au Ey Lass mich doch einfach hier rauf Und was gibt's diesmal? Nice Jetzt müsste ich voll grün sein, oder? Juhu Ich geh nach links Oh 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 Just fliegevieh Juhu Uuuuuh LIFE Au Nicht normal, Kollege Au, oh, hier ist jemand Vor längerer Zeit Mal hier gewesen Au Ein Wunder, dass von da oben keine Gegner kamen Per Ausrufe dazu